Rackenfeeling pur. Der Sound droxt sich in der Krupp. Wie auf einem Kalf-Konzert. Wahnsinn, das Teil. Einmales Livemusik. Ein Gänsehaut-Moment nach dem anderen. Total Deckeballer bin ich gewesen. Super Sound, super Bessel. Rackenfeeling pur. Der Gitz. Was musst du denn hören? Was musst du fühlen? Ich finde, dass Sound und Wacken das perfekte Match sind, weil man dieses Konzert im Festmöglichen-Konzert nach Hause in den Wohnzimmer bekommt. Es ist mega, es ist laut, es ist hart. So muss es für den Mets-Fan sein. Ich denke, Sound hat bei uns definitiv die heimische Anlage ersetzt. Ich denke, Sound hat bei uns definitiv die heimische Anlage ersetzt. Achso wie. Achso? Piet komisch nicht. Thes Share.